Wenn ich ganz allein auf dieser Bühne wär, dann wär schon optisch diese riesengroße Bühne viel zu leer. Und ich könnte ja nur eine Stimme singen, mal ganz im Ernst, das würde es echt nicht bringen. Ich wüsste auch nicht, was ich zwei Stunden lang erzählen soll, und hier oben wär's so einsam und der Saal so furchtbar fort. Und darum bin ich froh, dass ich nicht ganz allein hier steh, sondern dass ich nun gleich neben mir Pascal hier seh. Wenn wir dann zu zweit auf dieser Bühne wären, dann würde sich das Publikum bestimmt schon bald beschweren. Die würden sagen, ihr beliebt ja wohl zu scherzen. Wir haben die Schnauze voll von euren blöden Terzen. Und dann würden wir's probieren mit einem albernen Gesicht. Aber für den ganzen Abend reicht das leider nicht. Und darum sind wir froh, dass wir nicht nur zu zweit hier stehen, sondern dass wir gleich neben uns den Dennis sehen. Wenn wir drei auf dieser Bühne wären, dann wären wir ein Terzett. Und was die Akkorde angeht, wär das schon ganz nett. Dann könnten wir schon hübsche Sachen singen, doch es würde immer noch nicht richtig klingen. Und die Leute würden sagen, Mann, da fehlt doch irgendwas. Denen würden wir entgegnen, ihr habt recht, es fehlt der Bass. Und darum sind wir froh, dass wir nicht nur zu dritt hier stehen, sondern dass wir hier gleich neben uns den Robert sehen. Wären wir zu viert auf dieser Bühne hier, dann wär das schon mal schlecht, es geht die Gage schon durch vier. Außerdem fehlte den Liedern noch der Schwung und schlechte Reime störten unseren Gesungen. Deshalb würden wir uns schnell noch einen suchen und der würde dann das Schlagzeug machen, notfalls mit dem Mund. Und darum sind wir froh, denn fünf ist eine wunderbare Zahl. Fünf ist ganz besonders für Quintette optimal. Von uns aus kann es losgehen, denn wir haben durchgezählt. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass von uns heute keiner fehlt. Guten Abend und hallo, wir sind hier, um euch kurz zu unterhalten, euch dabei zu retten, vier, zwei Stunden abzuschalten, um etwas anzugehen, ein wenig Spaß zu machen, um euch zum Lächeln zu bringen und viel Zeit sogar zu machen. Guten Abend und hallo, hier ist die A Cappella Show. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Seid ihr bereit für die Stunde der Wahrheit? Seid ihr soweit und könnt ihr uns sehen? Und was noch viel wichtiger ist, könnt ihr uns verstehen? Wir singen nur in den schönsten Städten und wir sind gekommen, um die Welt zu rennen. Für euch haben wir uns extra schick angezogen. Ja, okay, schon gut, das war jetzt alles gelogen. Aber dass wir hier seien, freut uns wirklich sehr, denn ohne euch, wer ist heute hier so leer? Guten Abend und hallo, wir sind hier, um euch kurz zu unterhalten, euch dabei zu helfen, vier, zwei Stunden abzuschalten, um etwas herzunehmen, ein wenig Spaß zu machen, um euch zum Lächeln zu bringen und vielleicht sogar zu lachen. Guten Abend und hallo, hier ist die A Cappella Show. Wir grüßen alle Sänger, alle Hobby-Chöre, Duschgaben, Sopranen oder Wahlbankenhöhren. Wir grüßen alle Laien und alle Professoren, alle mit geschulten und mit ungeschulten Ohren. Wir grüßen alle Kinder und wir grüßen alle Lärmner, alle über sieben Pfund und unter sieben Zentner. Wir grüßen alle Heiligen und alle weitgereisten, wir grüßen alle Braben und wir grüßen alle Treisen. Und wenn wir hier mal so durch die Gegend schauen, grüßen wir besonders alle Schöne und Frauen. Guten Abend und hallo, wir sind hier, um euch kurz zu unterhalten, euch dabei zu helfen, vier, zwei Stunden abzuschalten, um etwas herzunehmen, ein wenig Spaß zu machen, um euch zum Lächeln zu bringen und vielleicht sogar zu rachen. So oder so. Guten Abend und hallo, wir sind hier, um euch gut zu unterhalten, euch dabei zu helfen, vier, drei Stunden abzuschalten, und nach versetzten, wir werden dieser女 hallway zu helfen, wenn sie ein bisschen zurückzulegen, bis sie letztendlich wären, und aber nur, wir sind hier, um einen schönen Pool. So. 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 Vielen Dank.